Moin, willkommen in Kiel an der Schwentinebrücke bei Kiel-Oppendorf. Hier auf der Strecke zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf werden im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein zum ersten Mal Akkuzüge des Typs Stadler Flirt Akku eingesetzt. Gelegentlich kann man hier auch noch Dieseltriebwagen sehen. Oppendorf liegt an der Strecke von Kiel nach Schönberger Strand. Die Triebwagen gehören zur Baureihe 526. Schauen wir uns einmal drinnen um. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Moin und willkommen in Eriks auf der Fahrt nach Kiel Hauptbahnhof. Nächste Station Kiel-Ellerweg. se. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Diese Fußgängerbrücke liegt zwischen Kiel-Ellerbeek und Kiel-Schulen am Langsee. ZDF, 2020 Der nächste Halt ist Kiel-Schulen am Langsee. ZDF, 2020 Ein kleiner Fußwegübergang in Kiel-Garden. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Regionalexpress RE83 nach Lauenburg. Auch auf dieser Linie sollen nach und nach die Akku-Triebwagen eingesetzt werden. ZDF, 2020 Der Akku-Zug auf dem Weg nach Kiel-Hauptbahnhof. Es folgt noch eine Regionalbahn RB84 nach Kiel-Hauptbahnhof. Auch diese Linie soll bald die neuen Akku-Triebwagen erhalten. In der Nähe des KVG-Betriebshofs steht noch ein weiterer Triebwagen. ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020